Wenn wir eine Gesellschaft von Narzissten sowie beziehungsunfähigen und lustorientierten Egoisten wollen, sind wir auf dem besten Weg dorthin. Unsere Gesellschaft verändert sich rasant. Das hat enorme Auswirkungen auf uns Erwachsene, aber noch viel mehr auf Kinder und Jugendliche. In meiner 28-jährigen Tätigkeit als Kinderpsychiater in der Praxis begegnen mir heute immer mehr Kinder, die sind bestens erzogen, sind sehr intelligent, aber scheitern in der Schule. Sie können sich nicht angemessen konzentrieren, haben keine Arbeitshaltung, keine Lust auf Unterricht oder Hausaufgaben und erkennen den Lehrer überhaupt nicht in seiner Funktion. Es gibt auch Kinder, die kriminell werden und kein angemessenes Schuldbewusstsein aufweisen. Während wir früher zwei auffällige Kinder pro Klasse hatten, haben wir inzwischen mindestens 50 Prozent. Der Hintergrund ist der, dass immer mehr Kinder heute keine Chance haben, sich in ihrer emotionalen und sozialen Psyche zu entwickeln. Sie bleiben auf der Stufe von kleinen Kindern stehen. Immer mehr Eltern heute geraten in eine große Unsicherheit, sind verunsichert. Das führt dazu, dass sie unbewusst Kinder als Partner sehen, von ihnen geliebt werden wollen oder sogar in eine zu enge, symbiotische Beziehung rutschen. Das ist für die kindliche Psyche fatal. Die Kinder brauchen im Erwachsenen, in den Bezugspersonen ein stabiles Gegenüber. Gleichzeitig hat man im Kindergarten und Grundschule sehr viel verändert. Dort herrschen heute offene Konzepte vor. Im Kindergarten soll das Kind in vieler Weise frei entscheiden, was es machen soll. In der Grundschule gibt es Lernteken. Der Lehrer ist nur noch Lernbegleiter im Hintergrund. Auch das ist für die Kinder fatal. Denn zur Entwicklung der emotionalen und sozialen Psyche braucht das Kind den Erzieher und den Lehrer als direktes Gegenüber. Mein Buch ist nicht zu verstehen als Kritik an Eltern und Erziehern, die überwiegend sehr liebevoll und engagiert mit den Kindern umgehen. Ich vermittle hier in dem Buch ein wichtiges Wissen über die Entwicklung der emotionalen und sozialen Psyche und gebe sehr viele Anregungen. In meiner Praxis erlebe ich jeden Tag, dass wir den Familien helfen können. Das heißt, ich sehe als Anwalt der Kinder es sehr hoffnungsvoll, dass wir diesen negativen Trend aufheben können. Hierzu wäre es aber wichtig, dass dieses Wissen in Kindergarten und Grundschule Einfluss nimmt, dass dort dringend überprüft wird, was die Kinder brauchen, wie wir mit den Kindern umgehen, damit ich nicht mehr SOS-Kinderseele funken muss. � auch Bucleg Bu並 Bu Bu